Norddeutscher Rundfunk 2021 Urlaub in Bulgarien. Wir testen Strand und Meer. Toll und erfrischend und eine Wahnsinns-Brandung. Das Wasser hat nicht so viel Salz. Einfach nur super. Und wie ist das Reisen durchs Landesinnere? Das ist der absolute Hammer. Doch nicht alle Unterkünfte sind zu empfehlen. Böse Überraschungen. Es ist widerlich, es ist total widerlich hier. Wie günstig ist Urlaub am Schwarzen Meer tatsächlich? Allgemein die Preise hier entsprechen der Hälfte von dem, was wir sonst bezahlen. Urlaubs-Check Bulgarien. Schöne Ferien zum Schnäppchenpreis. Bulgarien, als Reiseziel für viele noch neu. Es liegt zwischen Griechenland, Türkei und Rumänien. Das Besondere, die 400 Kilometer lange Küste mit endlosen Stränden. Schon jetzt kommen jedes Jahr rund sieben Millionen Urlauber. Und es werden immer mehr. Doch Bulgarien hat noch eine ganz andere Seite. Im Landesinneren. Urige Dörfer. Viele Berge. Im Winter wird hier Ski gelaufen. Die Hauptstadt Sofia. Bulgarien ist das ärmste Land der EU, aber reich an Kultur und Geschichte. Doch hier Urlaub machen? Sie probieren es für uns aus, Lena und Gerd Heinrich aus Finkenwerder. Die beiden reisen viel und gern. Bulgarien ist aber auch für sie ein ganz neues Urlaubsziel. Ich kenn auch niemanden, der da schon mal Urlaub gemacht hat. Lena kennt jemanden. Ich mein, Vorurteile gibt's überall. Also, ist aber nichts, was uns davon abhält. Immer mit dabei unser NDR-Kamerateam. Für uns checken die Heinrichs eine Pauschalreise ans Schwarze Meer. Parallel starten auch die Freundinnen Evelyn Tschudak und Claudia Heuer für uns in den Urlaub. Die beiden testen Bulgarien auf eigene Faust eine Individualreise ins Landesinnere. Bei Individualreisen hat man noch die Möglichkeit, durchs Land zu fahren, diverse unterschiedliche Unterkünfte ausprobieren zu können. Das echte Bulgarien halt. Und nicht wie am Sonnenstrand oder Goldstrand, dass man einfach nur die Partys mitkriegt, sondern das echte, ursprüngliche Bulgarien. Für sie gebucht ein einfaches Gästehaus. Acht Euro die Nacht. Mitten im Gebirge, weit weg vom Tourismus. Die Heinrichs fliegen ans Schwarze Meer. Zwei Stunden von Hannover nach Warner. Die größte Hafenstadt im Norden Bulgariens. Vor Gerd und Lena liegen sieben Tage all-inclusive. Vier-Sterne-Hotel für 688 Euro. Am Flughafen wartet schon der Transfer. Von Warner geht's zum Hotel nach Obsor. Ein Urlaubsort zwischen Gold und Sonnenstrand. Die Heinrichs haben Glück. Statt langer Busfahrt ein Auto nur für sie. Raus aus Warner. Der erste Eindruck von Bulgarien. Der Fahrer übernimmt die Reiseleitung auf Deutsch. Der Transfer war sehr nett, sehr engagierter, fast ein Brändenführer, der uns da begleitet hat und hat auch angehalten für Fotostops. Das hatte schon was familiäres. Claudia und Evelyn fliegen insgesamt vier Stunden. Von Hamburg geht's über München in die Hauptstadt Bulgariens nach Sofia. Hin- und Rückflug kosten 326,55 Euro pro Person. Die Freundinnen haben bereits in Deutschland einen Mietwagen gebucht. Den müssen sie jetzt abholen. Der Mitarbeiter am Schalter spricht Englisch. Das Englisch ist auch echt gut, was ich nicht dachte, bzw. ich habe vorher gehört, dass Bulgarien nicht gut Englisch sprechen, was nicht stimmt. Bevor es losgeht, brauchen Evelyn und Claudia noch bulgarisches Geld. Die Landeswährung Leva. Für 50 Euro bekommen sie knapp 100 Leva. Die Sonne scheint. Ende August. Es sind 26 Grad. Der Mietwagen kostet 140 Euro für eine Woche. Vor ihnen liegen 300 Kilometer Fahrt. Das Hotel der Heinrichs liegt 200 Meter vom Strand entfernt, im Kurort Obsor. Zwei Kilometer entfernt, das Zentrum des ehemaligen Fischerdörfchens. Hier geht es eher ruhig zu. Die meisten Gäste sind Familie. Nach einer Stunde Autofahrt kommen Lena und Gerd im Hotel an. Die Begrüßung auf Englisch. Herzlich willkommen. Danke. Das sind Ihre All-Inclusive-Bändchen. Und ab jetzt ist alles umsonst für Sie. Super. Nicht ganz wie Ihnen ein Kellner erklärt. Ab 18 Uhr müssen Sie an dieser Bar Cash zahlen. Aber wir haben doch All-Inclusive. Dann müssen Sie zu der anderen Bar da vorne. Das Hotel hat 175 Apartments und Suiten. Wie ist die Unterkunft der Heinrichs? Sie haben eine Suite mit Poolblick für 688 Euro All-Inclusive. Kurzfristig gebucht in der Hauptsaison. Eine ganze Küche. Nett aus. Sogar Getränke. Guck dir das mal an. Das ist ja perfekt. Sehr schön. Das Bad ist wunderbar. Und auch die Betten in Ordnung. Unser erster Eindruck ist sehr positiv, würde ich sagen. Es ist außerordentlich geräumig. Es ist sehr modern. Sehr sauber alles. Schön aufeinander abgestimmt. Wirklich sehr wohnlich. Man kann es hier sehr gut diverse Tage aushalten. Das Kamerateam dagegen hat weniger Glück. Für den gleichen Preis haben sie Apartments im Hotel. Hier sind nicht nur die Möbel abgewohnt. Der Herd ist dreckig. Der Griff vom Backofen fehlt. Mehrere Lichter kaputt. Vorhänge und Türen dreckig und fleckig. Im Bad ein Loch in der Wand und Haare der letzten Gäste. Im Treppenhaus ein defektes Geländer. Ganz schön gefährlich. Wir beschweren uns beim Hotelmanager, bekommen ein anderes Apartment. Das kostet 300 Euro zusätzlich. Claudia und Evelyn sind immer noch unterwegs. Ich würde mich interessieren, wovon die leben. Quer durchs Land zeigt Bulgarien auch seine arme Seite. Das Durchschnittseinkommen beträgt gerade mal 400 Euro. Von Sofia fahren die Freundinnen nach Sornica, ein kleines Dorf in 1300 Meter Höhe. Inzwischen ist es dunkel geworden. In den Bergen schmale Straßen mit tiefen Schlaglöchern. Vier Stunden später. Gastgeberin Elli Nunjo erwartet sie bereits. Ihre Familie hat den Hof seit 15 Jahren. Sie vermietet ganzjährig. Insgesamt 30 Betten. Die Gastgeberin nach der Ankunft hat uns so herzlich empfangen. Sie hat uns sofort angeboten, dass sie uns Essen zubereitet. Sehr, sehr herzlich. Doch erst einmal sind Claudia und Evelyn auf ihre Unterkunft gespannt. Das ist der absolute Hammer. Oh Gott, das ist ja richtig schön. So was hab ich nicht erwartet. Und wenn wir aufwachen, das wird die wunderschönste Aussicht überhaupt. Der Schrank hier auch. Ein bisschen Platz haben wir hier auch. Ja, doch schön. Ja, riecht frisch. Ja, riecht frisch auf jeden Fall. Joa. Das ist keine Matratze, ne? Das ist eher eine dickere Gartenauflage oder so. Das erklärt natürlich auch, warum es so hart ist. Pro Nacht kostet das Bett 8 Euro, Frühstück inklusive. Drei Nächte wollen sie bleiben. So, das ist hier das Badezimmer. Komm mal her, Eve. Es ist klein auf jeden Fall. Ja, sehr klein, aber immer noch geräumig. Guck dir mal die Dusche an. Ja. Da oben. Guck mal, aber für kleine Menschen wie uns passt das noch. Ja, du kannst auf jeden Fall auf Pro und gleichzeitig. Ja. Aber ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, ne? Nee. Nee. Ui. So. Ja. Es scheint so. Es ist immer noch kalt. Es wird ernstlich schwer. Immer morgen früh auf jeden Fall. Ich hab mich so auf eine warme Dusche befreit. Trotzdem sind die Freundinnen zufrieden. Die Unterkunft hat Herz, hat richtig Charme. Es ist wunderschön. 20 Uhr. Bei den Heinrichs am Schwarzen Meer sind's immer noch 23 Grad. Die Tische fürs Abendessen sind draußen gedeckt. Auf Lena und Gerd wartet ein großes Buffet. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Warme Speisen. Salate. Obst. Essen für 500 Gäste. Es ist natürlich ein bisschen wurselig. In der Tat ist es sehr voll. Mein Gott, es ist Urlaub. Jeder sucht sich einen Platz. Es ist ausreichend Platz vorhanden. Und wie schmeckt's? Ich hab mir ganz explizit die Sachen herausgesucht, die ich als frisch und gut empfunden habe. Was ich hatte, hat gut geschmeckt. Aber es gab halt auch Sachen, die, ja, fand ich ein bisschen lieblos waren. Aber für All-Inclusive ist das vielleicht normal. 300 Kilometer entfernt. Im Gebirge Rodopi sorgt Gastgeberin Elli persönlich für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Wow. Thank you. You're welcome. Do you have your wine and everything? Es gibt Fleischspieße, zubereitet auf dem offenen Feuer. Dazu Salat und geröstete Kartoffelscheiben. Das Essen kostet inklusive Wein gerade mal 7,50 Euro pro Person. Das Essen war heute sehr köstlich und die ganze Atmosphäre, das Ambiente, also das war einfach wunderschön. Ja, Lagerfeuer, romantisch in einer Scheune. Sehr, sehr schön, ja. Jetzt wollen die Freundinnen nur noch eins, schlafen. Gute Nacht. Acht Uhr morgens am Schwarzen Meer. Die Heinrichs sind Frühaufsteher, auch im Urlaub. Wie war die erste Nacht? Wir haben sehr gut geschlafen, total ruhig, ganz relaxed. War eigentlich ganz gut. Es gab nur heute Morgen so ein paar Probleme beim Duschen. Bei Lena war noch alles okay. Doch als Gerd duschen will, kommt das Wasser nur aus dem Hahn, lässt sich nicht auf den Duschkopf umstellen. Er muss improvisieren. Das ist doch nicht schlimm. Das hatten wir in Griechenland auch schon mal. Nur, dass Gerd da wirklich richtig eingeseift stand und das Wasser war richtig, richtig heiß. Und dann musste Gerd so lange warten, bis das Wasser abgekühlt war. Früher Morgen auch im Landesinneren. Claudia und Evelyn machen sich startklar. Im Winter sind die Berge hier ein beliebtes Skigebiet. Jetzt, im Sommer, lockt die schöne Landschaft. Das Wasser ist kalt. Sehr kalt? Wirklich kalt. Wir sprechen gleich die Hauseigentümerin drauf an, ob es da nicht möglich ist, das Wasser warm zu kriegen bzw. zu heizen oder so. Gastgeberin Elli kann die beiden beruhigen. Nach dem Frühstück können sie duschen. Dazu muss erst der Ofen angeheizt werden. Das Holz wird schon gehackt. Man fühlt sich schon Zeit zurückversetzt. Auf jeden Fall. So was kennen wir in Deutschland ja gar nicht mehr. Mit Holz zu heizen und das Wasser auch damit zu erhitzen, ist schon wie zu Omas Zeiten vielleicht. Ja, ist es. Ja, doch. Frühstück. Süßer Blätterteig. Gebäck mit Spinat und Käse. Alles selbst gemacht. Auch der Joghurt. Das schmeckt ja sehr gut. Also total an Naturjoghurt. Bislang alles prima. Jetzt sind sie auf das Dorf und die Menschen gespannt. Bei den Heinrichs gibt es auch das Frühstück vom Buffet. Die Auswahl ist groß, aber manches enttäuscht. Ich habe das Brot probiert. Es gibt sehr viel weißes Brot, das ist nicht mein Ding. Und ein schwarzes Brot, das ging gar nicht. Einen richtigen Kaffee gibt es zum Frühstück nicht. Es gibt so einen löslichen Kaffee, so einen Nescafee, der schmeckt gar nicht. Leckeren Kaffee müssen Gerd und Lena extra zahlen. Einen Euro 70 kostet der Espresso an der Bar. Was kosten Lebensmittel in Bulgarien? Claudia und Evelyn machen für uns den Supermarkt-Check. Kaufen die täglichen Produkte Äpfel, Butter, Paya, Salami, Baguette, Milch, Käse, Marmelade, Wasser und Kaffee. Alles zusammen knapp 16 Euro. Auf Mallorca kostet der gleiche Einkauf rund 21, in Deutschland 20 Euro. Bulgarien ist am günstigsten. Dennoch sind die Freundinnen erstaunt. Wir fanden die Preise recht hoch. Was wir nicht erwartet hatten, da das halt doch ein recht armes Land ist. Also Alkohol war sehr viel günstiger als bei uns in Deutschland im Vergleich. Kaffee war in etwa genauso. Und die Grundnahrungsmittel, Butter, Brot, Käse, Wurst, das war gleich. Parallel checken auch die Heinrichs-Preise im Hotelkiosk. Hier gibt's Kosmetik, Snacks, Postkarten. Ich guck hier auch mal. Hier, das ist hübsch hier. Nee, ich find das noch schön. Guck mal her. Das Kaliakra-Cape. Wir haben eine Postkarte gekauft, zwei kleine Wasser und ein paar sehr leckere Erdnisse. Und haben für alles fünf Leber 10 bezahlt, was ja ungefähr 2,50 Euro entspricht. Die Auswahl ist ausreichend für einen Urlaub. Normale Preise sind nichts überteuert. Aber auch nicht so super billig, würd ich auch nicht sagen. 30 Grad, die Sonne brennt. Auf zum Strand. In Obsorre ist der sechs Kilometer lang, der drittlängste des Landes. Feiner Sand. Der Strand nicht überlaufen. Das Wasser, 22 Grad warm. Toll und erfrischend und eine Wahnsinns-Brandung. Das Wasser hat nicht so viel Salz. Einfach nur super. Super, super. Perfekt. Hier kann man einen schönen Strandurlaub verlegen. Die Liegen sind für Hotelgäste kostenlos. Lena und Gerd können in Ruhe entspannen. In Obsorre ist das möglich. Hier machen überwiegend Familienurlaub. Doch an vielen Stränden Bulgariens sieht es ganz anders aus. Touristenhochburgen. Im Norden der Goldstrand, im Süden der Sonnenstrand. Hier feiert das junge Partyvolk. In den Bergen erkunden Claudia und Evelyn ihr kleines Dorf. Im Sommer leben hier nur noch fünf Bewohner. Die Jungen sind ins Ausland oder in die Städte gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Hier werden Teppiche und Tücher gewebt. Das hat in Bulgarien eine lange Tradition. Claudia und Evelyn dürfen es sogar selbst versuchen. Die Verständigung funktioniert mit Händen und Füßen. Die 74-jährige Rosica lebt schon ihr ganzes Leben hier. Sie hat monatlich 160 Lever Rente. 100 davon braucht sie allein für Medikamente. Umgerechnet bleiben ihr noch rund 30 Euro zum Leben. Von ihren Politikern fühlen sich Rosica und ihr Mann Radoy im Stich gelassen. Ich denke, im Parlament arbeiten 200 Leute, die 30.000 Lever Lohn bekommen. Und wir tragen die Last. Warum kann es nicht so sein, dass die 5.000 nehmen und den Rest an die Menschen zahlen? Claudia und Evelyn kaufen beide ein Tuch für je 5 Euro. Das war das Geld auf jeden Fall wert. Die haben es gerne gemacht. Und die Freude, die man danach noch in ihrem Gesichtsausdruck sehen konnte, dafür hat man noch viel mehr gegeben. Das war einfach unbezahlbar. Ja, als Mitbringsel. Das ist auch gerade was Besonderes. Das ist jetzt keine Fabrik an Fertigung, sonst irgendwas. Die ältere Dame sitzt da mehrere Stunden täglich dran. Also es ist wirklich was ganz Besonderes. In Obsor machen Lena und Gerd für uns den Geldwechsel-Check. Als erstes eine Bank. Wie viel Lever gibt's für 50 Euro? Hier müssen sie sogar ihren Ausweis zeigen. Dann geht's in eine Wechselstube. Der Kurs bei der Bank war ein Tick besser. Auch der Geldwechsler hat uns schnell und professionell bedient. Als letztes Geld wechseln im Hotel. Der Kurs hier im Hotel war wesentlich schlechter. Da stecken sich hier ein bisschen mehr Provisionen ein. Ergebnis? Bei der Bank gab es für 50 Euro 96 Lever 40. In der Wechselstube 95,50 und im Hotel nur 95 Lever. Ich würde es immer bei der Bank machen. 20 Kilometer vom Hotel entfernt, Lena und Gerd besichtigen Nessebar. Eine Stadt mit 3000 Jahre alter Geschichte. Sie gehört zum Weltkulturerbe. Kessebar ist wunderschön. Ein altes Platz hier in vielen byzantinischen Kirchen und Häusern, die zum Teil aus Holz gebaut sind. Eine schöne Atmosphäre. Klingt sehr viel Spaß, durch die Gassen zu schlendern. Es ist sehr relaxed. Und es ist eine schöne, wirklich eine ganz tolle kleine Stadt. Wunderbar. Am Schwarzen Meer geht langsam die Sonne unter. In den Bergen lernen Claudia und Evelyn typisch bulgarische Musik kennen. Dudelsack spielen. Diesen Abend hat Gastgeberin Elli auf Wunsch der Freundinnen organisiert. 35 Euro. Im Winter zur ausgebuchten Skisaison gibt es das auch gratis. Und dadurch, dass die Stimmung halt so schön dann war, fingen wir halt an zu tanzen, was echt Spaß gemacht hat. Und zum Schluss hin haben wir noch erfahren, dass er zu den zehn besten Dudelsack-Spielern Bulgariens gehört. Nasdrave! 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 Ja, wir sind sehr glücklich. Wir sind wirklich sehr glücklich. Sehr zufrieden damit. Also ja, es hätte uns hier nicht besser treffen können. Das ist wahr. Auch im Vier-Sterne-Hotel der Heinrichs ist heute Folkloreabend. Lena und Gerd tanzen sogar mit. Das war recht fröhlich, dass man ganz schnell das Drumherum vergaßt. Das hat wirklich Spaß gebracht. Für mich war es etwas überraschend, aber es hat Spaß gemacht. Neun Uhr, der nächste Morgen. Wassergymnastik. Ich kenne Wassergymnastik, also wo etwas mehr Wert auf die Gymnastik gelegt wird. Kraftübung unter Wasser. Und hier war das mehr so eine Tanzchoreografie. Und da muss ich ehrlich sagen, steck ich noch sehr in den Anfängen. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Man kommt mit dem Tempo nicht ganz so nach. Man merkt da wirklich die Schwerkraft. Das war wirklich lustig. Claudia und Evelyn nehmen heute ab. Der Abschied von Elli und ihrem Gasthof. Hoffentlich ist eure nächste Unterkunft gut. Das ist nicht immer so. Die sind sehr unterschiedlich. Als nächstes wollen sie das testen. Ein großes Haus mit Pool. 100 Euro die Nacht. In Bulgarien viel Geld. Ich freue mich schon auf die nächste Unterkunft, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Luxus bieten wird. Ich bin gespannt, wie lange es dauert und wie es sein wird. 220 Kilometer quer durchs Land. Von Sornica nach Kjevci in Zentral-Bulgarien. Was geht schneller? Mietwagen oder öffentliche Verkehrsmittel? Für uns machen die Freundinnen den Test. Evelyn nimmt den Mietwagen. Das erste Problem, das Navi kennt die Adresse nicht. Ich werde dann jetzt einfach die Region eingeben und dann mal weiterschauen. Durchfragen vielleicht. Irgendwie komme ich auf jeden Fall an. Am Busbahnhof bekommt Claudia noch Hilfe von Elli. Danach muss sie sich allein durchschlagen. Es geht jetzt von Cepelare nach Plovdiv. Und von Plovdiv nach Gabrova. Und ich habe mir jetzt auch schon hier die kyrillischen Städtenamen hier drunter zeichnen lassen von unserer lieben Gastgeberin. Und wenn alle Stricke reißen und ich nicht so gut mich mit Englisch verständigen kann, dann kann ich zur Not immer noch da drauf tippen. Der Reisecheck beginnt. Wie sicher ist es quer durch Bulgarien? Die erste Etappe dauert eineinhalb Stunden. Knapp vier Euro. Der Bus macht einen guten Eindruck. Die Straßen weniger. Man kann aber auch schon phasenweise sehen, dass keine Leitplanken sind an Abhängen. Auch Evelyn spürt die bulgarischen Straßenverhältnisse. Verschlaglich, ja. Die Fahrweise ist zum Teil auch ein bisschen offensiver als bei uns. Ja, ja. Also man sieht auch zum Teil auf Schnellstraßen und tatsächlich auch Fahrradfahrer. Rucksack-Touristen habe ich vorhin auch gesehen. Ja. Menschen auf der Kutsche auch noch. Also ist ein bisschen wilder als bei uns. Wie zum Beispiel hier. An der Tankstelle gibt's Service. Zum Glück. Denn mit der kyrillischen Schrift ist es oft schwierig. Das hat umgerechnet 60 Euro gekostet. Ich habe gerade erwartet, dass es ein bisschen günstiger ist. Claudia hat die erste Bus-Etappe geschafft. Jetzt muss sie umsteigen. Aber wo? Sie fragt sich durch. Versteht aber nur, dass sie hier falsch ist. Diese Bulgarin schließlich spricht Deutsch und hilft sofort. Sie telefoniert jetzt mit ihrer Schwiegermutter, um mir den Weg zur Busstation zu zeigen. Ganz einfach. Ganz einfach? Claudia muss zu einem anderen Busbahnhof, einmal quer durch die Stadt. Die Bulgarin fährt sie dorthin. Ja, praktisch von hier aus soll der Bus nach Cabrera fahren, aber ich weiß nicht wann. Am Schalter versucht Claudia es auf Englisch. I need you to get here Cabrera. Tickets, Tickets? Busse. Busse. Okay. Am Ende klappt es irgendwie mit der Verständigung. Der nächste Bus kostet sechs Euro. Evelyn legt auf halber Strecke einen Stopp ein, besichtigt das Batschkovo Kloster, eines der bedeutendsten in Bulgarien. Sie glaubt trotz der Pause mit dem Mietwagen erste zu sein, doch dann streikt ihr Navi. Scheiße. 100 Meter, turn left, then turn left. 100 Meter, turn right, then turn right. Busse. Turn left, then turn left. Das ist tricky ass. Bis jetzt sieht es eher schlecht aus. Claudia kommt nach weiteren vier Stunden in Cabrera an. Jetzt sind es nur noch zehn Kilometer bis zum Ziel. Wir sind eine Stunde früher angekommen. Und als Frau muss man keine Angst haben, hier allein in diesem Land zu reisen, weil die Leute hier unheimlich lieb und hilfsbereit sind. Claudia fragt bei Evelyn nach, wo sie ist. Hallo. Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ah, super, ja. Wie weit bist du? Biss ja was, ja, super spannend. Ich bin sehr gut durchgekommen. Ja, wo bist du denn? Ich brauche noch eine Weile, ich habe mich verfahren. Ja, also kann noch ein bisschen dauern, aber du kannst ja schon mal einchecken, dir das Zimmer anschauen. Ja, wenn du noch eine Weile brauchst, dann treffen wir uns später, ja? Okay, bis dann. Tschüss, gute Weiterfahrt. Ich dachte also, wenn man mit dem Auto fährt, dass man da eigentlich recht zügig ankommt, anstatt jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier irgendwie zurechtzukommen. Man muss ja auch Leute fragen, wie man von A nach B kommt und nicht jeder spricht Englisch. Wie gut ist die ärztliche Versorgung für Urlauber? Die Heinrichs machen für uns den Medizincheck. Als erstes fragen sie im Hotel nach einem Arzt. Lena leidet immer wieder unter Migräne. Haben Sie hier im Hotel einen Arzt? Nein, aber wir können einen rufen. Es gibt zwar einen Arzt, den man 24 Stunden erreichen kann, aber der ist also nicht vor Ort und erreichen könnte man ihn im Moment auch nicht. Die Heinrichs könnten im Notfall nur einen Krankenwagen rufen. Nächster Versuch, ein Arzt im Ort. Bulgarien gehört zur EU. Ein Praxisbesuch müsste deshalb mit der Europäischen Krankenversicherungskarte möglich sein. Doch der Arzt will für die Untersuchung 40 Euro in bar. Das wird per Vorauskasse berechnet. Er stellt eine Rechnung aus, die dann bei der Krankenkasse eingereicht werden kann. Die Versicherungskarte ist damit nicht akzeptiert. Das Problem in vielen Urlaubsländern. Zuhause dann oft die böse Überraschung. Der Arzt kassiert mehr, als die Krankenkasse bezahlt. Jetzt noch die Apotheke. Was kosten Medikamente in Bulgarien? Eine Apotheke heute, die konnte weder Englisch noch Deutsch. Wenn man dann sich auf das Wesentliche beschränkt, dann versteht sie es auch. Sie kennt ihre Fachvokabeln, kennt die Wörter, weiß was Ibuprofen ist, weiß was Renni ist. Ja klar. Das war eigentlich unproblematisch. Ja, muss ich auch sagen. Also man kommt durch. Sie sind auch freundlich, muss ich sagen. Sie kaufen Voltaren-Schmerzgel, Renni-Kautabletten und Ibuprofen. Für alles zusammen zahlen sie 14 Euro. In Deutschland wären es 18 Euro. Für die letzten 10 Kilometer nimmt sich Claudia ein Taxi. 220 Kilometer quer durch Bulgarien. Dafür hat sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln 6 Stunden gebraucht und inklusive Taxi 13 Euro bezahlt. Der Besitzer des Ferienhauses erwartet sie schon. Schön. Sehr schön hier auf den ersten Blick. 100 Euro pro Nacht. Drei Nächte wollen sie bleiben. Den Großteil mussten sie schon vorab zahlen. Als erstes muss Claudia einchecken, ihre Personalien eintragen. Die Verständigung schwierig. Der Vermieter spricht nur Bulgarisch. I do have a question. Do you need my identity document? Okay. Das ist gut. Auch Evelyn ist inzwischen im Dorf angekommen und fragt sich durch. Ich komme mit. Okay. Zeige. Dann machen wir das so. Die Bürgermeisterin des Dorfes begleitet Evelyn die letzten Meter zum Haus. Sieben Stunden hat sie gebraucht und neben dem Mietwagen auch noch 30 Euro fürs Tanken bezahlt. Ihre Reise also eine Stunde länger und viel teurer. Ich habe gerade die Bürgermeisterin kennengelernt. Ach, das ist ja cool. Wie hast du das denn gemacht? Erzähl mal. Ja, das erzähle ich dir gleich mit in Ruhe. Jetzt wollen sich die Freundinnen endlich ihr Luxusferienhaus anschauen. Der Vermieter hat sich inzwischen aus dem Staub gemacht. Aus gutem Grund. Überall Schimmel und Dreck. Ja, so eine Luxusunterkunft ist das definitiv. Dann guck mal die Gardinen an. Die sehen auch ganz vergelt aus. Wahnsinn. Ja, selbst die Scheibe ist kaputt. Und das ist erst der Anfang. Der Glöpf ist auch schon ganz fettig und eklig. Ja, das ist saudreck. Ach du Scheiße. Und glöpfig fühlt sich das auch schon an. Oh Gott. Ich kann nicht glauben. Also es ist für mich total unreal, dass man ein Haus mietet, eine Luxusunterkunft und da ist altes Essen im Ofen. Also bis jetzt kann ich schon sagen, dass das schlechteste Hostel besser war als das. Mir fällt nichts mehr ein. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Muss ich. Tut mir leid. Hier ist gar nichts sauber. Nichts. Hier kann man nichts anfassen. Die Finger kleben sofort. Ist es fettig? Ist es dreckig? Ja. Hier ist nichts sauber. Gar nichts. Oben im Haus die Schlafzimmer und Bäder. Sie ahnen Schlimmes. Zur gleichen Zeit am Schwarzen Meer. Lena und Gerd wollen typisch bulgarisch essen. In Obsor kein Problem. Ja. Dann setze ich bitte. Oh, hier ist ja platzfrei. Das ist ja schön. Oh ja. Guck, das ist doch schon mal was. Das sieht alles sehr interessant aus und auch sehr typisch finde ich. Sehr preiswendig. Es gibt sogar Kaviar. Guck an. Die Speisekarte ist auf Englisch und Deutsch. Der Kellner spricht Englisch. Er empfiehlt bulgarischen Wein. Dazu gibt es Lammeintopf und Hühnchen. Typisch bulgarisch. Das ist schöne Beilage, gegrilltes Gemüse, schöner typischer Salat. Das ist alles in allem sehr abgerundet. So wie wir uns das vorstellen in Bulgarien. Für die Heinrichs ein perfekter Abend. Wir haben bezahlt für alles 54 Lever plus 60 Lever haben wir bezahlt. Das sind ungefähr 30 Euro. Für die Fülle ist das gar nichts. Sehr preiswendig. Zum Abschluss gibt es noch einen Raki mit dem Kellner und das Versprechen, wieder zu kommen. Können Claudia und Evelyn hier schlafen? Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Hier ist schon. Und hier auch. Irgendwas krabbeliges, ekliges. Silberfische. Und hier ist noch was anderes. Das ist irgendwie ein Floh, glaube ich. Es ist widerlich. Es ist total widerlich hier. Nicht nur die Schlafzimmer. Auch die Bäder. Eine Katastrophe. Dreckige Toiletten. Blut an den Fliesen. Überall Schmutz. Ich bin nicht empfindlich. Ich schlafe auch öfters in Hostels. Aber die sind meistens sauberer. Die sind sauberer als diese Unterkunft hier. Für 100 Euro pro Nacht, das stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Deshalb werden wir gleich noch in die Stadt fahren und nach einem Hotel suchen. Das ist Stress, den wir jetzt eigentlich nicht haben wollten. Wir wollen uns eigentlich hier ausruhen, ein bisschen am Pool, entspannen und Sonnen. Daraus wird jetzt erstmal nichts. Das heißt, ja, wir müssen jetzt was anderes finden. Trotz der späten Stunde fahren sie in die zehn Kilometer entfernte Stadt Gabrovo. Der nächste Tag. Lena und Gerd machen eine Jeep-Safari. Kosten pro Person 36 Euro. Den Ausflug haben sie in ihrem Hotel gebucht. Er dauert sechs Stunden. Mit drei Jeeps geht's von Obsor ins Hinterland. Das ist eine sehr alte Tradition in Bulgarien. Das ist eine sehr alte Tradition in Bulgarien von zu 100 Jahren. 50-prozentiger Raki, hergestellt aus heimischen Früchten. Das ist Weintraube, ne? Weintraube. In diesem Hotel haben die Freundinnen gestern Abend eingecheckt. Dafür zahlen sie nochmal 100 Euro pro Nacht. Das ist unser Zimmer. Und es ist sehr schön und sehr sauber. Ganz anders als die andere Unterkunft. Die im Voraus gezahlten 200 Euro für die Luxus-Unterkunft sind futsch. Der Vermieter nicht mehr erreichbar. Sie ändern ihre Pläne, fahren schon jetzt in die 200 Kilometer entfernte Hauptstadt Sofia. Von da aus geht auch ihr Rückflug. In Obsor sind Lena und Gerd immer noch auf Jeep-Safari. Mittagessen inklusive. In einem kleinen Dorfrestaurant. Die Kadaver sind in Brühe gekocht, das schmeckt sehr gut. Ja, das Fleisch ist sehr gut. Ist auch schön saftig finde ich. Richtig mit Liebe gemacht. Der Reiseleiter sorgt auch für die Unterhaltung. Und war der Ausflug die insgesamt 72 Euro wert? Die Gerd Savari ist eine sehr aufregende Geschichte. Sie ist nicht empfehlenswert für Rückenkranke und Schwangere. Aber für Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen, sehr schön. Es ist total schön. Es geht die Berge hoch, es geht durch Fluss, Täler und es ist einfach nur Riesenspaß. Claudia und Evelyn sind nach drei Stunden in Sofia angekommen. In der bulgarischen Hauptstadt leben 1,3 Millionen Menschen. An vielen Ecken immer noch Ostscharm. Trotzdem lässt es sich gut shoppen. In diesem Geschäft zum Beispiel gibt es nur Unikate. Ich habe mein Kleid geholt für 20 Leber, das sind umgerechnet 10 Euro. Das würde ich in Deutschland nicht kriegen. Definitiv nicht. Nicht für das Geld und auch nicht so ein Kleid. Ich habe 128 ausgegeben für sechs Teile. Das ist umgerechnet 65 Euro und 45 Cent. Ich habe 20 Leber ausgegeben. Das sind 10 Euro. Für Einzelstücke. Die Urlaubswoche in Bulgarien geht zu Ende. Das Fazit von Claudia und Evelyn. Die Woche war sehr ereignisreich. Es ist mehr passiert, als wir eingeplant hatten, gedacht hatten. Die ganze Woche war auch viel teurer als gedacht. Wir dachten, wir fahren nach Bulgarien und machen günstig Urlaub, was nicht der Fall war. Für eine Woche Bulgarien auf eigene Faust haben die Freundinnen für Unterkünfte, Flüge, Essen, Mietwagen und Benzin insgesamt 890 Euro pro Person gezahlt. Ohne den Reinfall mit der angeblichen Luxusunterkunft wären es für jede 100 Euro weniger gewesen. Nicht gerade günstig. Doch das Land konnte sie begeistern. Ich würde schon den Individualurlaub in Bulgarien empfehlen, da die Menschen sehr hilfsbereit sind. Und die erste Unterkunft war fantastisch. Ich würde sogar behaupten, dass das die schönste Unterkunft war, die ich jemals hatte. Ja, die Unterkunft hatte einfach Herz, Charme, die Gastgeberin. Ein Geschenk. Super, ja. Das Fazit von Lena und Gerd nach einer Woche Pauschalurlaub in Bulgarien. Der Urlaub war sehr schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Die Hotelanlage ist wunderbar. Sie liegt zwar nicht direkt am Strand, aber der Weg ist kurz. Und der Strand ist total super. Das hast du vergessen. Der Strand ist absolut wunderbar. Das Essen hätte ein bisschen mehr Abwechslung sein können und vielleicht einige Sachen, die man durchaus verbessern könnte. Ich brauche einen richtigen Kaffee morgens und nicht einen löslichen Nescafé. Lena und Gerd haben für eine Woche Pauschalurlaub all inclusive plus extra Essen und Getränke plus Ausflug insgesamt 774 Euro pro Person gezahlt. Allgemein die Preise hier bei uns im Hotel, würde ich mal so sagen, entsprechen der Hälfte von dem, was wir sonst bezahlen. Und ich glaube, wenn man auf dem Land hier ist, kann man ganz billig leben. Das denke ich auch. Für uns ist es recht günstig. Und es hat irgendwie noch so einen ganz eigenen Charme. Urlaubs-Check Bulgarien. Für unsere Tester ein ganz besonderes Reiseziel. Und nächste Woche Urlaubs-Check Mallorca. Trauminsel auf dem Prüfstand.